Das Ehe aus von Oliver, 45, und Amira Pocher, 30, ist zwar kein Paukenschlag mehr, überraschend kam es jetzt aber doch. In ihrem Podcast verkündeten sie die Trennung nach sieben Jahren Beziehung. Seit 2016 waren sie ein Paar, und vor vier Jahren folgte die Hochzeit. Doch nun gehen der Comedian und die gebürtige Österreich in getrennte Wege, und die Gründe dafür scheinen nun klar zu sein. Das verflixte siebte Jahr ist schuld. Die innere Distanz und die Unterschiede zwischen ihnen waren nicht mehr zu kitten, so berichten Freunde gegenüber der Bild. Schon seit einigen Monaten hatte es bei Oliver und Amira gekriselt, und nach anfänglichen Gerüchten sprachen sie offen über ihren Ehestreit in ihrem Podcast die Poros. Am gestrigen Donnerstag machten sie dort auch ihr endgültiges Aus bekannt. Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können, wir sind getrennt, erklärte die hübsche Zweifach-Mama. Ihr Nochgatte bestätigte das Ganze schlicht mit einem Jahr. Die Zukunft der Noch-Eheleute wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, doch es gibt bereits erste Spekulationen. Laut der Bild wohnen die beiden derzeit noch gemeinsam mit ihren zwei Kindern, zwei und drei, in ihrem Familienjahrs in Köln. Doch angeblich gibt es bereits einen Plan, die Moderatoren zieht in den nächsten Wochen in ein eigenes Haus in der Nähe, während der Schwarz- und Weiß-Interpret im alten Haus verbleibt. Interessanterweise war es Amira, die die Trennung wollte, wie der TV-Star im gemeinsamen Podcast durchblicken ließ. Ich wollte mich nicht trennen, sagte er. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge zwischen ihnen weiterentwickeln werden und ob sie gemeinsam einen Weg finden, ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen, während sie getrennte Wege gehen.